Hallo liebe Freunde, heute war ich Steine suchen und habe dabei auch ein Tier gefunden. Und zwar, wisst ihr was das ist? Eine Maueredechse. Greift bitte keine solche Tiere an. Sie sind zwar ungefährlich, aber man sollte sie nicht angreifen. Ich habe sie jetzt kurz genommen, um sie euch besser zu zeigen. Vor Maueredechsen braucht ihr keine Angst haben. Sie sind wirklich harmlos und friedlich und wollen bei Steinen. Man findet sie vor allem in Italien, in Österreich eher weniger, an der Grenze zu Österreich noch, also bei den Alpen bis runter ans Meer. Das ist die häufigste, meiner Meinung nach, die häufigste eiligste Art in Italien. Zumindest findet man die fast überall. Ich setze diese wieder zurück und werde nach Hause gehen und ich hoffe ihr habt eine neue Tierart gesehen. Heute ist es ein bisschen kühler, hat sich ein bisschen aufgewärmt, kann man sagen. Ein wirklich schönes Tier.